Ja, war anstrengend. Es war natürlich extrem warm hier die letzten paar Tage, das steht auch dazu, dass es noch anstrengender wird, aber es ist schön. Es ist immer wieder das Geilste, den Ball zu haben. Ich weiß nicht, wie viele von der Mannschaft, die so ohne Ball laufen wollen, das ist richtig schön mit Ball. Fokus mit dem Ball haben wir, da wollen wir schauen, wie wir in das letzte Drittel kommen und wenn wir in das letzte Drittel dann auch Torchancen kreieren, das ist so unser Fokus gerade. Ja, das ist schön, dass wieder Leute da sind, auch wenn wir hier im Stadion gespielt haben, das letzte Spiel gegen Schalke 50.000, das gibt es nicht schönere. Und auch wenn die zum Training zuschauen, das ist schön mit ein bisschen Kontakt zu den Zuschauern auch zu haben. Ich freue mich, ich glaube viele von uns freuen uns, dann können wir auch die Neue ein bisschen besser kennenlernen und ein bisschen zusammenhalten. Und ja, das ist schön auch die ganze Truppe zusammen zu haben. Schalke. 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 Schalke.